Grizzly-Beeren gehören zu den Tieren, die man eher nicht als Haustiere halten kann, wenn sie ausgewachsen sind. Sie können zwar trainiert werden, aber nicht gezähmt. Beim Baby-Beeren in diesem Video kann man das ganz deutlich sehen. Auch wenn er noch so niedlich sein mag. Man spürt bereits jetzt das wilde Feuer, das in ihm lodert. Nichtsdestotrotz ist es wirklich unterhaltsam, ihm beim Spielen zuzusehen. Und das haben bereits 11 Millionen Menschen getan. Das Video stammt aus dem Jahr 2011. Demnach ist er mittlerweile sicher ein wenig gewachsen. So wie auch Bump. Hier zu sehen in einem Video von 2004. Beim Spielen mit einem Terrier-Welpen im Woodland Zoo.